Telefon. Zombie Geld haben wir jetzt mit dem Telefonbuch. Okay. Erkennt sie haben wir. Bandenvergebung. Okay. Der Band wurde vergeben. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir den Olig. Besetzt. Dann McKinsey. Besetzt. Zombie Geld. Alle besetzt hier. Sind wir gerade in der Mission? Glauben wir nicht. Ne, sind wir nicht. Termine können wir auslassen. Hier machen wir jetzt mit Shondi weiter. Die oberen Aufträge hier mal das andere ist. Ja. Wir haben jetzt die Waffe hier. Okay. Was los? Wo müssen wir hin? Ich sehe keinen Ziel auf der Karte. Was mich beunruhigt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war der Anruf. Jetzt haben wir die nächste Quest. Piers. Piers. Ich denke wir haben ein Problem. Wie geht es? Shondi hat sich genommen. Sie haben genommen genommen. Sie haben genommen genommen. Ich war auf dem Telefon mit ihr, als ich eine Struggle habe. Und jemand anderes hat ihre Telefon genommen. Du denkst, Kilbane hat sie bekommen? Es klingt militärisch. Es klingt wie Stag. Also was ist der Plan? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ist das auch gut? Mit dir? Nein. Auf geht's. Warten wir kurz. Klassik. Machen wir wieder Klassik an. 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 Meine Fahrkunstern haben wir beim letzten Mal ordentlich gesehen. bzw. unordentlich. Okay. Fahren wir einfach erstmal. Ich bin nicht zum Image. Er ist designt. Die Pfeile haben hierhin gezeigt, sorry. War das nicht der Schönheitsladen, wo Schönheitsoperationen verkauft wurden und deine Karte anpassen kannst? Hier muss ich lang. Wir haben schon wieder die ganze Armee auf dem Hals. Die Meteor-Fuzzis. Dieser Song bringt. Diese Moderation habe ich auch noch nicht gehört. Im Radio, im Klassik Radio. Was? Ich bin hier gelandet. Unten, wie es ausschaut. So, äh, Falschrichtung. Nö. Da muss man lang. Was? Ich konnte nicht lenken. Ein anderer Truck hat mich gelenkt. Ach, kommt Leute. Ich laufe den Weg zu Fuß. Bin schneller da. Es sind noch 400 Meter. Das gehen wir zu Fuß hin. Kleiner Spaziergang. Am Abend. Ok, da schnarcht einer. Stunden später. Ich kann mal hier irgendwo ein Auto einsteigen. Was in die Richtung will. Wäre natürlich gerade keins in diese Richtung. Das wäre auch zu schön. Nehmen wir dich. Das hat weh. Auf geht's. Motorrad müsst ihr auch mal probieren. Ey. Meine Fresse. Das ist die schlimmste Idee, die du überhaupt hast. Wir können nicht marchen auf Stagg's. Warum nicht? Ich sehe nur wie Cyrus. All ich werde sagen, ist eine schnarche. Was passiert, wenn du auf dem Weg bist? Ich gehe mit meinen Prisgern. Ich nehme mich zum Block. Ich nehme Shondi und wir gehen. Entschuldigung. Prisgern? Ja. Du und Piers. Ich bringe dich in. Oh, hell no! Showtime. Bartkratz. Hm. Was? Für einen Retail. Warum? Bei uns im Händler spielen wir ihn. Wir haben nur die Faust. Wir haben uns doch damals dagegen entschieden. Um ihn auf uns retz zu holen. Ich kann nicht fahren, es dürfte euch nach den ältlichen Parts, die ich schon gemacht habe, langsam aufgefallen sein. Das Auto ist aber auch ein bisschen schwerfällig, ein Protestant, No Saints, Last zum Anker, die engen Kurven die wir hier fahren müssen, gibt es ja auch nicht. Wir sind bisher immer angekommen, auch wenn wir meistens mit ein bisschen kaputten Auto angekommen sind. Was? Die Deckung der Zeros ist aufgeflogen, macht nichts, damit du die Aufmerksamkeit... Okay, ja gut, der hat das Spielpunkt. Natürlich nichts. Okay, wir müssen uns an die Verkehrsregion halten. Verstehen, okay, langsam, ganz langsam. Das wird nicht auffallen. Wir halten uns an die Regeln, wir fahren keinen um, wir brauchen keinen Unfälle. Ich bin ganz vorsichtig. Wir haben auch noch fast umgefahren. Ich habe keine Aufmerksamkeit, wir kommen hier ganz gechillt rein. Tag Leute. Warte mal ein bisschen durchsetzt. Sorry Leute, ich habe mich verfahren. Ich bin der Echte. Ich bin der Echte. Ich bin der Echte. Das geht an meinem sehr guten Fahrstil. Ich bin der Echte. So, hier ab in den Hubschrauber. Renn hier. ok wir haben es geschafft Okay, versuchen das Schiff. Ah, auf den Flieger, auf den Flugträger, was wir drauf. Wir waren schon am letzten Stream am Ende. Darauf gut haben. Dann auf dem Thermo-Play. Okay. Marschmusik. Okay, muss nicht mehr nennen. Ich gucke gerade nach vorne. Okay. Okay. Wir müssen uns unabhängig verhalten. So, wie du mein Stilport? Es ist wunderschön. Ich höre dich. Ich bin mehr ein Stil-Water-Bloke selbst. Oh, ich habe ihn abgeholt, als ich in Britten war. Sir, ich bin familiar mit deinem Jacket. Du warst nie in den USA. Sicher, ich wäre. Ich habe wahrscheinlich zu viel gesagt. Lass uns nicht mehr darüber sprechen. Ich verstehe. Ja, das ist dein Begleiter-Quest. Sehr schön. Wir können nicht rennen, wir können. Wir müssen schleichen. Nein, es ist nicht wie das, was sie mir meistens geben, ist es? Nein, Sir. Es ist top-qualität. Aber sie können auch nicht kommen. Sie haben ein paar Veränderungen zu unseren Tanks. Sie sollten mehr Feuer-Power packen. Es ist ein wunderbar, es ist ein wunderbar. Und es gibt auch Portable-Satchel-Charger für die Truppen. Als wir zu R&D kommen, muss ich auf zwei Projekte verabschieden. Ich freue mich. Du kannst dich vielleicht mal ein bisschen beeilen. Der Boss hat auch nicht den ganzen Tag Zeit. Stake Prototypen. Ersten Prototyp auswählen. Stake Motorrad. Springladung. Stake Panzer. V2 und Stake Motorrad ausgewählt. Den Prototyp muss man fortfahren. Übernehmen. Ah, Shit. Wir sind aufgeflogen. Das hat ja sehr viel gebracht. Und das Trecken hat ja sehr lange gehalten. das ist ja fantastisch wir haben keine waffen dabei doch haben wir sekunden sekunden ich muss jetzt mit der hand ich bin echt tot hier aus hier sehr schön hier sind sie überall Da muss es rein. Und die noch. Okay, ich finde die Brücke. Ich bin eventuell gefangen. Bin ich nicht. Jetzt habe ich Schutzschild benutzen können. Wieder in der Sackgasse. Hier bin ich schlecht. Ein wegrennen ist auch eine gute Methode. Oh, heil. Aktiviere sich die Herztürung. Okay, habe ich gemacht. Wettempf beschossen. Aktiviere die Tür. Frei deine Freunde. Okay. Komm nach oben. Das ist doch eine Laserwaffe. Okay, wir machen hier die Tür auf. Das ist ein Gefängniszener. Ja, warte. Hier. Die können wir wahrscheinlich. Oh. Oh. Da müssen wir lang. Oh, okay. Das ist halt für uns. Das ist auch wirklich totes. Da muss lang. Steht nicht im Weg rum. Alarm. Dann können wir hier runter springen. Für den Reaktor. Nein, nicht hier lang. In andere Richtung. Und hier und hier und hier. Wir müssen die falschen töten. Okay, das war impression. Da müssen wir runter. Ich schätze mal, dass wir hier müssen. Ja, komm. So geht es auch. Aufgeladener Schuss ist effektiver. Ich schätze mal. Ich schätze mal. Volle Ladung. Da müssen wir hinten lang. Ja, das ganze Ding in die Luft. Schuss. Schuss aufnehmen. Das ist gar keine schlechte Idee. Aber die Waffe nicht mehr. Ne, legen wir mal wieder weg. Ich brauche die Waffe hier. Ich brauche die Waffe hier. Runter hier. Und zack. Das hat nicht geklappt. Du musst halt klein schießen. Kleine schießen. Oh scheiße. Ich gehe sterben. Durchrennen. Oh scheiße. Das ist schlecht. Ach du Kacke. Sehr gut. Das ist scheiße. Und das ist ein weiter Weg. Warum habe ich jetzt die Waffe gewechselt? Die wollte ich. 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 Da muss ich wieder hin. Damit er kann ich umgehen mit der Waffe. Was ist denn hier heute los? Weiter. Oh scheiße. Ich muss nachladen. So gehts auch. Oh. 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 Da habe ich gar kein Schild. Ich bräuchte den Schild. Das ist halt die Sache. Ich habe hier absolut keinen Schutz. Das ist gefährlicher. Geh hier drauf. Wenn wir sniper. Wenn man das erst ausschalten sollte. Ja, deswegen ist es ein bisschen Sicherheit. Versucht meine Leute irgendwie zu retten. Ich bräuchte die Scheiße hier, wenn ich keinen treffe. Das sieht ruhig aus. Für den Moment. Und nun? Wir sind hier. Ja, müsste aufstehen, oder? Flüchte vor dem Tempo. Okay, raus hier. Flüchte. Das ganze Ding fliegt in Luft. Weil wir auf dem Monitor geschossen haben. Ja, logisch. Raus hier. Das ist so raus hier. Keine Zeit. Ich kenne Zeit gerade. Raus hier. Das ist schlecht. Hier wird wahrscheinlich auch gleich gespringt. Ich kann nicht sprinten. Kacke. Hier rein. Nice. Wir haben es also raus geschafft. Ah ne. Noch nicht. Das war der andere, der da steht. Oder doch. Ja, wir haben es raus geschafft. Natürlich. Jetzt, wenn wir uns auf Kilbane fokussieren. Was ist das Stag? Wir haben einfach ein Flugzeugkabel. Was können sie noch mit uns? 12 Stunden später. Die Panzerfahrung vor... Krieg hat gewonnen. Was können sie schon tun? Ja. Ja. Dann kriegst du richtig ausgeworfen. Es ist überraschend Zeit, dass wir die Kindergloven auszuladen haben. Zwei kleine Worte, Kaya. Schock und Ah. Mein Name ist Zeigus. Tempo. Geschafft. Viel Geld. Okay, Panzerprototyp in der Garage. Sehr schön. Aber wir haben einen eigenen, sehr tollen Panzer. Abonnieren. Spass. CELEBR eh? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020